Jetzt möchte ich euch ganz kurz Mr. Leno zeigen. Mr. Leno ist folgendes. Ich habe meinen Kopf gewackelt. Ganz fest und anstrengend. Zittert mein Kopf. Achtung! Hä? Wow! Shit! Jedenfalls. Da denkst du jetzt vielleicht, das kann ich auch. Aber jetzt Achtung, Achtung! Ich habe nicht nur meinen Kopf gewackelt. Nein, ich habe auch noch. So schauen und den Kopf gewackelt. Schau! Und dann kann ich auch noch die Augen gegen die Ohren gewackelt. Und dann kann ich auch noch die Ohren gewackelt. Die gewackelt eigentlich automatisch. Ja, das ist die gleiche. Das ist mein Talent. Jedenfalls, ich kann nicht mehr. Ausserdem noch etwas. Ich kann das hier schauen. Eins, zwei, drei. Drei, zwei, eins. Oh! Man!